Aufwand, Rettende Weltmeer! Untertitelung des ZDF, 2020 In Amerika kommt noch was an, wenn da sowas ankommt, dann mach ich das in Karibik und so. Oh, bin ich jetzt schon auf der Watchlist? Ja, das ist schon. Jetzt fängt er auch an zu mutieren. Wie als wenn das programmiert wäre. Jetzt, dass ich mal lesen könne, da stand grad, das ist im Turm, mutiert. Ich glaube fast, dass diese Verbreitungs in dieser Richtung auch um die Totenaktivierung aktiviert oder so. Ich glaube auch, dass das in der... Oder mach ich da einfach mal an der Sonne hin. Das wäre im DERF-Mobil, das war voll geil, war das. Auch voll praktisches Eingang. Ich glaube nicht. Quasi. Ich würde jetzt auf DERF-Mobil setzen, DERF-Mobil. Wirklich. 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 WERDE Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, die Rachte. Weil die sie fehlt. Deshalb sind die Namen, weil das alles Städte sind. Die Rachte, das möchte ich aber voll schnellen. Ich glaube ja jetzt schon bevor der Pflügel da ankam, war das nämlich nicht ganz nötig Gut hated Ja, sieht schon ganz gut aus Ich hab da mal ein bisschen mehr gevangen, hier oben kam, muss auch mehr passieren Da sieht gar nichts, so gut wie, da sieht gar nichts passiert da Ich bin ja schon in der Airplane, jetzt zieh ich mal schnell frei Ich bin bombardiert jetzt Die Städte hier werden sie schon selber reinnehmen, hoffentlich muss ich es nach Kanada Hauptsache hier ist mir Können sich wahrscheinlich irgendwie selbst annehmen Das kostet jetzt schon 30 Points Das kostet jetzt mal Ob wir zwei Kinder ab in Doshu spielen und keinen ab in Doshu spielen Was? Mh Mein Maus Mein Maus Sch**t Mann Sch**t Mann Naja, als die war ich wohl nicht, erscheint den Slota noch schwer zu gehen. Der Entdacken doch immer zu früh, ich merke das nicht. Schmaß und börse. Eine Schaube zu. Echt witzig, ich glaub das ist immer kein Leben. Ja, auch egal. Ist doch gut so. Kein Leben haben ist nun mal. Leider bohrad. Dann, komm mal hier auch. Aha. Den hab ich aber, das weiß ich noch gar nicht. Was ist mit dem... Naja, was ist wohl... Glaube. Erstmal nur raus und ganz oben. Naja, sowieso, die Punkte werden glaub ich ihr selbst selbst berechnet. Weil man kann in diesem Spiel cheaten, also mit Cheat-Engine. Obwohl, das hab ich mal gemacht, das hat meine Points beobachtet. Die Punkte hat aber auch nicht wirklich erhöht. Ich hab's nur schnell genug durchspielen können, um eine Vorteil zu kriegen. Aber theoretisch wären hier für Cheats gut, weil... Dann schaffst du das locker. Hier im Bio-Webten. Was ist mit den Cheat-Viren, die es noch gibt. Das ist die quasi Standard-Gemetscher und Cheat-Ein-integriert haben. Gibt... Gibt ja auch... Ich kann auch die Viren umschreiben, also zumindest auf dem Handy ging. Das hab ich... Hab ich mal gesehen, dass man die Viren umschreiben kann. Gibt ja nicht knuffig. Kleiner Wurm. Kleiner Wurm. Ein kleiner Wurm für die Menschheit. Dein großer für den Wurm. Gibt kein Sinn, wenn ich Wurm sag. Naja. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Hm. Steem. Imparasiven... Aua. Stalker. Da wird aus dem, diesem Zeichen, dieses Zeichen, wenn es noch irgendwie ein Atomviosk gäbe oder sowas. Der wird dann aber irgendwie auffallen, die erhöhte Strahlung und so. Aua! Naja. Ne, Merzen. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich hoffe, ich darf dieses Spiel auch monitorisieren oder alles. Ich schätze eigentlich schon, dass er von Indie-Entwicklern ist. Bei denen darf man ja bekanntlich alles sehen. Indie und so. Indie und so, ja, Indie und so. Indie und so, ja genau. Minimieren? Wie schönes Hintergrundbild. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie geschützt, aber das sollte es eigentlich nicht sein, weil es ja definitiv Fan-Made ist. Die Entwickler zeichnen kann Hintergrundbilder. Was sollst du nicht so schön machen? Darf ich noch mal schauen? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020